Hallo liebe Hundefreunde, willkommen zu unserem YouTube-Kanal, heute mit dem Thema verbellen. Wir wurden gefragt von einem Zuschauer, wie bringe ich meinem Hund das Bellen bei. Nun muss man auch sagen, bellen ist für den Hund ja etwas, um etwas zu warnen, etwas zu zeigen, etwas anzudeuten und das im Schutzdienst oder im Training zu zeigen und zu trainieren ist am Anfang sehr schwierig. Warum sollte ein Wolf draußen auch den Hasen verbellen oder anheulen, damit er wegläuft oder eine Bräude schmeißt? Das ist sehr kontraproduktiv und kann zu Schwierigkeiten beim Hund führen. Dazu werde ich von Roland jetzt kurz einmal einen Ball bekommen und dann versuche er mit Grimm ihn zum Bellen zu verleiten. Hier ist der allseits geliebte Special Ball, gelb natürlich, warum auch immer. Und jetzt zeige ich mal dem Grimm den Ball und sage dem Grimm laut. Hallo, laut. Ich kann vieles machen, der Hund weiß jetzt gar nicht, was er machen soll, weil er nicht die Verbindung und die Verknüpfung da dazu hat. Das ist schwierig. Laut. Ja, super. So, da dazu braucht er einen Reiz und einen Auslöser, um zu wissen, was muss ich denn tun. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger und langwieriger Prozess. So, dann erzähle ich euch mal, wie ich das aufgebaut habe. Hund kommt ja auf die Welt. Was kann der Welpe schon von Anfang an bellen? Was uns jetzt noch fehlt, ist das Verbellen mit einem Kommando zu verknüpfen. Und ich muss jetzt einfach eine Situation herausfinden, in der der Hund bellt. Mir das auch recht ist. Natürlich soll er jetzt nicht irgendwie den Nachbarshund verbellen. Und ich nutze das dann aus, um das Kommando zu festigen. Sondern ich suche mir eine Situation raus. Wenn der Hund dann bellt, gebe ich das Kommando drauf und lobe ihn. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, wie ich das mit meinem Hund gemacht habe. Da seht ihr auch, dass der Hund Hemmungen hat, das Herrchen zu verbellen. Und im Vergleich dann zeigen wir es dann noch, wie der Hund den Harald verbellt. Und ihr seht einen deutlichen Unterschied in der Stimmlage des Hundes. Was ihr hier jetzt natürlich auch gesehen habt, ist, dass der Hund kurz Roland angetatzt hat. Was aber nicht schlimm ist, sondern es ist ja eigentlich auch gewünscht, dass er ein bisschen aus sich rauskommt. Und da kann er so ein kleiner Fehler auch helfen, dem Hund diese Schwelle zu übernehmen. Aber immer alles dezent und in Maßen. Wie ihr gesehen habt, habe ich einfach eine Situation geschaffen, indem ich zum Hund sage. Und er reagiert drauf. So hat er ihm das Bellen angefangen. Bei vielen Hälften auch so mal kurz zu machen. Und die Bellen. Es gibt natürlich Hunde, die bellen gar nicht. Da muss man sich dann so richtig zum Kasper machen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Aber das Wichtige für uns ist immer, dass hier kein Druck ist, keine Aggression. Ihr habt ja gesehen, ich habe nicht mal eine Leine eingesetzt. Das geht alles ganz locker zu. Und wir zeigen euch jetzt noch im Anschluss dann mit dem Kimber, mit dem Großen, der das alles natürlich schon kann, wie es dann in der Händausbaustufe aussieht, wo man mal hinkommt, wenn man das Ganze so aufbaut. So liebe Hundefreunde. Natürlich ist für die Verbellarbeit im Schutzdienst auch immer die Schutzkleidung ganz wichtig. Arm als Beutefokus, die Hose als Beißschutz oder Gatzschutz. Je nachdem, was es sein sollte. Und auch die Möglichkeit, etwas zu haben, was man schmeißen kann. Dazu wird jetzt auch gleich Roland mit Kimber kommen. Da wird ihr auch seht, wie das ausschaut, wenn der Hund schon viel, viel weiter trainiert wurde. Der kann es schon gar nicht erwarten. Die Erwartungshaltung ist schon sehr groß. Der weiß, um was es jetzt geht. Aber ich stelle mich jetzt einfach ganz normal hin. Ihr werdet es jetzt sehen. Das ist jetzt alles live geschnitten. Der Hund wird vorkommen und wird dann bei mir sitzen, um zu verbellen. Roland. So, wie ihr gesehen habt, der Hund war sehr motiviert. Er ist vorne herangesprungen. Er ist nicht richtig reingesprungen oder hat gebissen. Er wusste, er muss sich vorne hinsetzen. Er muss verbellen, um dann die Beute zu bekommen. Dieses Bellen ist dann nichts anderes wie ein Fordern der Beute. Und auch wichtig für die, die jetzt dem Schutzdienst kritisch noch gegenüberstehen, hat man auch wieder hier schön gesehen. Sieht ja optisch so aus, als ob der Hund den Harald verbellt. Er ist böse auf den Harald, aggressiv. Aber letztendlich ist es nur Schauspielerei. Harald wirft das Beißkissen. Und ihr seht dann, der Fokus vom Hund geht direkt auf die Beute und nicht auf die Person. Also das ist noch ganz wichtig zu wissen. Harald lebt ohne Schutzarm dran. Hund ist zufrieden mit dem Beißkissen. Er rennt über den Hundeplatz. Ja, das ist unser oberstes Ziel. Immer dem Hund die Möglichkeit zu geben, das als positive Erfahrung zu sehen. Und wenn ich ein bisschen weiter runter gehe oder er schmeißt es mir her, dann kann ich das alles auch im weiteren unteren machen. Weil der Hund würde immer die Beute nehmen. Wenn ich jetzt hergehe und halte das einfach so, ohne dass ich irgendetwas sage und der Hund würde den Krim nehmen, würde er einfach nur auf die Beute gehen. Um das noch einmal erklärender machen, so einfacher, wie wir damit anfangen, wird Roland den kleinen Krim holen und euch demonstrieren, wie wir das dann aufbauen. Um euch das noch einmal begreiflich zu machen, dass wir hier mit zwei unterschiedlichen Beutemitteln arbeiten, habe ich hier einmal diesen Junghund angenommen, der ein bisschen mehr Fläche hat, den ich schön tragen kann. Links und da dazu habe ich auch noch einen Ball. Was würde ich jetzt mit dem Ball bewirken? Ich werde dem Hund zeigen, er soll sich hier herstellen zum Verbellen und dann als Bestätigung den Ball zu bekommen. Das heißt, fordere mich auf, mit dir zu spielen, indem, dass ich verbelle. Dazu kommt jetzt Roland mit dem Krim rein. Linke Seite ist immer die Seite, wo der Hund ist. Der Hund wählt. Sehr schön. Wie er gesehen hat, ist es am Anfang ein bisschen sehr verhalten. Was soll ich tun? Der Hund geht her, ist ein wenig zurückgehemmt. Ich gehe mal hin, aber was gucke ich? Man muss natürlich als Hundeführer aufpassen, dass der Hund nicht zu unkontrolliert vorne herein rennt, ohne dass er mal sofort an den Arm geht. Weil wenn er einmal in den Arm reingebissen hat, dann kann es auch sein, dass er gleich das Kämpfen anfängt oder das Zern anfängt. Und dann ist es etwas, was er nicht gelernt hat. Roland wird jetzt noch einmal zeigen, wie man es optimaler macht, indem man mit dem Hund hingeht zum Helfer, vorsitzt und dann den Hund aktiviert. Und Roland stellt sich mit seinem Körper vor den Arm. Krim steht hier. Die Beute kann nicht direkt angegriffen werden oder reingebissen werden, sondern er muss bellen, um da hinzukommen. Sehr schön. Der Hund hat sich die Beute gleich geholt. Das ist der Fokus. Wir machen jetzt den Part 3. Das ist ja zu dumm für den Hund. Der Hund ist zu gleich. So, also Roland wird den Hund jetzt richtig herführen. Dazu verdecke ich den Ball mit dem Arm und zeige ihm die Solulette, wie es eigentlich im Schutzhins sein sollte. Einen anderen Weg zu zeigen, wie ich mit dem Hund anfange, ist, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, mit Hundeführer an der langen Leine reinzugehen. Und der Hund ein bisschen zieht, richtig so richtig schön, sagt, ich fordere, ich bähle, ich komme voran. Und dadurch wird von mir immer eine Art Rückwärtsgehen simuliert, dass ich als Beuteträger immer so ein bisschen ängstlich wirke. Dass der Hund sagt, ja, ich komme vorwärts, das passt. Krim ist auf der rechten Seite. Um den Hund zu motivieren, bringe ich ihn in eine leichte Reizlage, in dem, dass ich ihn motiviere durch... Und somit hat der Hund auch immer das Gefühl, er ist Herr der Sache, obwohl ihm eigentlich ein bisschen vorgegaukelt wird. Wenn du genug bellst, dann bekommst du auch den Arm. Tschüss! Tschüss!